Moin Leute, herzlich willkommen zum ökonomischen IQ, euer Kanal für Wirtschaft, Finanzen und Erfolg. Heute melden wir uns zurück mit einem aktuellen Thema. Es geht um Vonovia. Wir blenden es ein. Vonovia stoppt alle Neubauprojekte. Und da der große Faktor oder die große Fragestellung, woran liegt das, was ist da los? Ich habe das hier mal gepostet. Folgende Geldplanwirtschaft, der kreditbasierte, substanzarme und von Fehlallokationen gekennzeichnete Boom schlägt in einem Bast um, da der Verweis auf unser Video Boom und Bast-Zyklen zum Thema Fiat-Geld. Steigende Preise machen die ursprüngliche Kalkulation obsolet. Kostendeckende Mieten können sich die Menschen nicht mehr leisten, weil die Einkommen weniger stark steigen als die Preise. Und genau darauf werden wir heute zu sprechen kommen. Natürlich auch die Regulierung und auch die steigenden Zinsen sind Gründe für das, was da vor sich geht. Und interviewt wurde, hier bei der Tagesschau zitiert wurde, der CEO von Vonovia, der gesagt hat, wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubauprojekten haben. Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen. Und davor können wir nicht die Augen verschließen, sagt Vonovia-Vorstand Daniel Riedel, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Was er, gut, das ist halt die übliche Unschärfe. Inflation wird vermengt. Ja, also wir wissen, dass Inflation entsteht durch die Ausweitung der Geldmenge. Das natürlich zum Teil bedingt durch die, oder zum großen Teil bedingt durch die Ausweitung der Staatsschulden. Durch die Kreditvergabe an die Staaten wird eben die Geldmenge ausgebläht, ausgedehnt. Und das ist das, was wir als Inflation bezeichnen, das, was dann später zu steigenden Preisen führt. Das ist eben die Kaufkraftentwertung. Diese Differenzierung wird nicht gemacht, macht er auch nicht. Er spricht allerdings auch in keiner Weise über die Geldpolitik als möglichen Faktor. Ja, gehen wir mal kurz in das Thema rein. Baukosten gestiegen, Kosten für Baumaterialien. Wir sehen das hier 2022. Das sind ausgewählte Baumaterialien, ausgewiesen hier vom Statistischen Bundesamt. Flachgas, fast, Flachglas, sorry, fast 50 Prozent teurer, aber auch Stahl im Bereich 40 Prozent etc. Dass das nicht erst 2022 passiert ist, das stellen wir fest, wenn wir eine Folie weitergehen. Und da sehen wir die ausgewählten Baumaterialien für das Jahr 2021. Und da ganz, ganz weit vorne das Holz, Dachlatten etc. Dachlatten über 60 Prozent teurer geworden. Bauholz, Betonstahl etc. Also wirklich exorbitante Steigerungen an der Stelle. Und das führt halt dazu, dass die Kalkulation nicht mehr aufgeht. Und da leite ich mal sehr schön über, wie Sie rechnen noch ein Fiat-Geld. Ich verweise auf den Artikel hier bei den Freiheitsfunken. Ein Kilo ist ein Kilo, aber ein Euro ist nicht ein Euro. Das ist eben das große Problem, dass die Wirtschaftsrechnung nicht mehr möglich ist, weil die Preise steigen. Es wird alles nur darauf geschoben, dass es damit zusammenhängt, dass die Lieferketten zusammengebrochen sind. Natürlich ist es ein Faktor, weil das Angebot sich verknappt. Aber es hat natürlich auch zentral bedingt damit zu tun, dass die Geldmenge ausgedehnt wird. Ja, beim Euro, ihr wisst das, der Euro wurde um den Faktor 3,4 von 1999 bis Ende 2022 ausgedehnt. Also von 4.600 Milliarden etwa auf 16.000 Milliarden. 5.000 Milliarden entfallen allein auf die Staatenfinanzierung. Zentral natürlich nach 2010, nach der Euro-Krise. Und das führt eben dazu, dass ein Euro eben nicht mehr ein Euro ist. Also ein Euro 1999 war tatsächlich ein Euro. Mal 3,4 heißt, wir haben rein quantitativ gesehen, nur noch den Tauschwert von 30 Cent. Also der abnehmende Grenznutzen führt eben dazu, das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, dass der Euro weniger wert wird oder geringere Tauschkraft hat, wenn die Quantität ausgedehnt wird. Und um den Faktor 3,4, das führt eben dazu, dass es nur noch 30 Cent sind. Ja, und ein Kilo ist ein Kilo. Das wissen wir. Ein Gramm ist ein Gramm. Ein Liter ist ein Liter. Und wenn wir mal auf diese Analogie, die ich dort in dem Freiheitsfunk beschrieben habe, zurückgehen. Ein Koch hat ein exaktes Rezept, nachdem er seine Mahlzeit zubereitet. Er weiß genau, mit welchen Messgrößen er dort agieren kann und rechnen kann. Und für einen Kaufmann ist es sehr, sehr wichtig, eben mit dem Euro bzw. mit einer Recheneinheit zu rechnen. Wenn diese aber unendlich ausgedehnt wird, dann ist das ein Fall für sich. Und wenn es beim Koch so wäre, dass er sich da nicht darauf verlassen kann, dass ein Gramm eben ein Gramm ist, dann ist die Mahlzeit versalzen. Und so kann es eben auch beim Kaufmann gesagt werden. Bloß dann ist eben nicht die Mahlzeit versalzen, sondern das Jahresergebnis. Und das ist eben ein großes Problem. Und das führt eben dann am langen Ende dazu, dass wie hier bei Vonovia gesamte Bauprojekte für das Jahr 2022 abgesagt werden. Und ja, die Kosten explodieren. Der Vonovia-Chef sagt übrigens hier weiter, bei Objekten, die früher 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter angeboten werden konnten, müssten wir jetzt in Richtung 20 Euro gehen, um unsere gestiegenen Kosten von 5000 Euro je Quadratmeter reinzuholen. Das ist eben das große Problem. Das geht alles nicht mehr auf. Und ja, das habe ich eben in diesem Freiheitsfunken auch so umrissen. Ja, wie sieht das jetzt genau aus? Und warum spricht niemand über das Thema Geldmenge an der Stelle? Und da schauen wir uns gerade mal die Zeit an, als es mit der Euro-Krise losging. 2010 die Geldmenge unter 10.000 Milliarden, um die 9.000 Milliarden, jetzt auf 16.000 Milliarden ausgedehnt worden. Und siehe da, auch der Häuserpreisindex hat sich im gleichen Zeitraum etwas mehr als verdoppelt. Also von 100 im Jahr 2010 auf weit über 200. Jetzt kommt er ein bisschen zurück eben im Jahr 2022. Ja, wie kommt das zustande? Die Wohnungen, die Häuser, viele andere Güter sind eben nur begrenzt vorhanden. Und jetzt kommt da diese gestiegene Geldmenge. Gehen wir nochmal eine Grafik zurück auf die Geldmenge M3. Jetzt kommt eben diese gestiegene Geldmenge. Die wird nachfragewirksam. Und dann verteilen sich eben nicht mehr 10 Geldeinheiten hier auf 100 Häuser, sondern eben 16 Geldeinheiten. Und das führt dann dazu, dass der Preis eben steigt. Ja, und dann steigt eben dieser Häuserpreisindex. So, jetzt sagt der CEO von Vonovia, die Menschen können sich das nicht leisten. Wir haben hier im Häuserpreisindex eine Steigerung von 100%. Wie sieht es denn bei den durchschnittlichen Nettojahreslöhnen aus? Wie haben die sich denn entwickelt? Und dann stellen wir fest, 2010 lag das Durchschnittsnettogehalt für einen ledigen Kinderlosen bei 18.405 Euro und jetzt 2020 bei 25.583. Das ist eine Steigerung von 39%. Die Häuserpreise sind um mehr als 100% gestiegen. Und da sehen wir sehr, sehr genau, die Arbeits- oder die Wirkungsgrade der Arbeitseinkommen wurden massiv herabgesetzt. Mit den steigenden Preisen für Immobilien steigen natürlich auch die Mieten und die sind eben jetzt nicht mehr so durchsetzbar. Das ist das große Problem. Und das hängt eben damit zusammen, dass über die monetäre Staatsfinanzierung die Kredite an die Staaten ausgeweitet wurden. Dadurch steigt die Geldmenge und dadurch steigen die Preise. Und die steigen schneller als die Einkommen der Arbeitnehmer steigen. Und das ist eben das große Problem, was wir hier, ja, was überhaupt nicht thematisiert wird leider, aber was eben dazu führt, dass es nicht mehr funktioniert und dass es nicht mehr aufgeht. Ja, und dann die letzte Folie für heute. Der neue Verteidigungsminister spricht über die Leopard-Nachbestellung, die Panzernachbestellung. Und woher das Geld kommt, das ist ihm vollkommen egal. Also, ja, das spricht dann wieder auch Bände. Ja, also es wird angeprangert. Alle diskutieren darüber, dass es so schlimm ist, dass alles teurer wird. Aber tragen diese Maßnahmen mit, denn wo kommt das Geld natürlich überraschenderweise her? Das wird neu geschaffen, das wird neue Staatsverschuldung sein. Der Amtskollege, der Finanzminister, der Fiat-Geldfinanzminister, wenn man so will, der wird auf den Plan gerufen, eben neue Kredite zu beantragen. Dadurch steigt die Geldmenge und dann werden die Nominalvermögen, die Nominalwerte, auch die Nominalwerteinkommen, eben die Arbeitseinkommen, die verlieren dann an Tauschwert. Und dann ist genau das Dilemma wieder da, dass letztlich das, was die Politik macht, immer dafür oder zur Folge hat, dass die Geldmenge ausgedehnt wird, weil es eben mit neuen Krediten bezahlt werden muss. Das kann man Sondervermögen nennen, wie man möchte. Es sind neue Kredite und das wiederum führt dazu, dass die Geldmenge ausgedehnt wird. Und wenn die Geldmenge ausgedehnt wird, ist jeder einzelne Euro weniger an, hat er weniger an Kaufkraft, weniger an Tauschwert. Und dann können sich die Menschen eben Wohneigentum nicht mehr leisten, aber auch natürlich normale Lebensmittel etc. Und es spricht Bände, dass dieser Mann einfach so sagt, es ist ihm furzegal, woher das Geld kommt, irgendwoher wird es schon kommen. Ja, es wird eben aus dem Nichts geschöpft. Daher auch der Name ist Verde, Fiat-Geld. Daher kommt das. Und die Politik sorgt eben dafür, dass die Geldmenge immer weiter ausgedehnt wird. Ja, wir halten fest, das Thema Wohneigentum bzw. das Thema Wohnungsmangel wird weiter prekär bleiben, wenn jetzt kein neuer Wohnraum geschaffen wird. Es fehlen in Deutschland angeblich um die 400.000 Wohneinheiten. Das Thema wird schlimmer werden durch die Zuwanderung und auch durch die Flüchtlingsströme aus der Ukraine werden immer mehr Menschen Behausungen suchen. Das wird jetzt nicht besser eben, weil die Kalkulationen nicht mehr aufgehen. Und das betrifft nicht nur Vonovia, sondern das betrifft natürlich auch Bauträger etc. Die werden auch zum Teil in ihrer Existenz bedroht sein, weil die natürlich auch Dinge vorfinanziert haben. Und das zieht sich wie ein Rattenschwanz durch. Architekten werden weniger Arbeit haben, aber auch Bauunternehmen, Handwerker etc. Also es wird jetzt eine Phase der Kontraktion kommen. Das ist schon ersichtlich. Und ja, es führt eben dazu, dass weniger Wohnungen geschaffen werden. Die Not an der Stelle wird größer. Dann wird natürlich darüber fabuliert, dass der Markt schuld sei. Ja, das ist etwas, da muss ich, das ist eigentlich gar nicht zum Schmunzeln, weil das echt bitter ist. Von Markt kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Die Regulierung im Baubereich, die sind so riesig, das kann schon gar kein Markt mehr sein. Abgesehen davon, in diesem Geldumfeld auch die steigenden Zinsen sind natürlich ein Faktor, die jetzt halt die Kalkulationen auch erschweren. Ja, und sowohl das Zinsumfeld als auch die Zinsfestlegung durch eine zentral verwaltende Stelle, das ist keine Marktwirtschaft. Und auch, dass die Geldmenge halt hier so ausgedehnt wird und nicht knapp bleibt, hat auch nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Gut, wir halten fest, das wird weiter problematisch bleiben. Leider geht man eben den Themen oder den Gründen dafür nicht auf den Grund. Man blickt nicht tief genug in das Thema hinein und dass eben die Politik da auch nur im Grunde irgendwie irgendwas sagt und woher das Geld kommt, ist den Menschen egal. Und dass sie da ihre eigene Wählerschaft vergrellen oder wahrscheinlich merken es die Wähler auch kaum. Also es ist bitter, es ist viel Aufklärungsarbeit an der Stelle notwendig, deswegen bitte das Video teilen. Gerade beim Thema Wohnraum, Immobilien etc. ist gerade der Einfluss der Geldpolitik sehr, sehr groß. Und das habt ihr gesehen an dieser Korrelation Geldmengenwachstum und Entwicklung des Häuserpreisindex in Deutschland. Das ist keine Korrelation 1 zu 1 ungefähr, aber sie ist doch ungefähr parallel. Und wie gesagt, die Einkommen steigen eben weniger schnell, nur um 39 Prozent. Der Häuserpreisindex mehr als verdoppelt. Das heißt eben mit dem Arbeitseinkommen, es ist dann schwieriger, Wohneigentum sich zu leisten oder auch zu mieten. Ja, teilt das Video mit euren Freunden, bleibt uns treu, abonniert den Kanal. Und ja, geht gerne auch bei den Freiheitsfunken mal schnuppern. Ein Kilo ist ein Kilo, ein Euro ist nicht ein Euro. Das war der Beitrag, den wir hier mal unter dem Video verlinken. Auch über das Vonovia-Thema, das, was ich euch hier heute erzählt habe, gibt es da sogar nochmal oder sozusagen nochmal verschriftlich bei dem Freiheitsfunken. Auch das verlinkt unter dem Video. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und bleibt uns wohl gesund. Tschüss. 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 Tschüss.